Das Primera Hotel und Apart liegt in Alanya in türkische Riviera. Das Primera Hotel und Apart ist beliebt unter den Gästen. 81% empfehlen das Hotel weiter. 199 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,7 von 6 Sonnen vergeben. Nun die Bewertungen im Detail. Zimmer. Dank der guten Sauberkeit, Ausstattung und Größe der Zimmer vergeben die Gäste hierfür 4,8 von 6 Sonnen. Service. 4,8 von 6 Sonnen erhält das Hotel für den Service. Dieses spiegelt den guten Service des Hotels wieder. Lage und Umgebung. Die Gäste sind mit der guten Lage sehr zufrieden und vergeben 4,8 von 6 Sonnen. Hotel allgemein. Die Gäste fühlen sich wohl in diesem Hotel. Zustand und Sauberkeit des Hotel werden mit 4,6 Sonnen bewertet. Gastronomie. Die Hotelgäste sind sehr zufrieden mit den kulinarischen Angeboten des Hotel und vergeben 4,6 Sonnen von 6 Sonnen. Sport und Unterhaltungsprogramme. Ein Großteil der Gäste ist zufrieden mit den Sportangeboten und Unterhaltungsprogramm. Bewertet werden diese mit 4,2 von 6 Sonnen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.